August 2007 Da lebt ein Mann In den buckligen Wäldern Ist nur unser Rede Mit Schwänen Und schlägt ihnen danach Den Kopf ab und sieht So versperrt Er lacht mit der Nacht Und er davon erzählt Und weint mit dem anderen Vergiss ich Dem Schaffer dafür Viel zu danken Dass er die Vögel zu ihm schickt Wollen wir versprechen ihm Dinge Sie hören ihm eine durchsichtige Leiband Auf die er morgen seine Bilder malt Er ist ein Künstler Und er hat Schätzt die Märchen in Stein Und verkauft Und verkauft seine Seele Wenn er ein großes Geschäft mit hat Verschwendet keins in Zeit Er weiß sofort Wovor sein Gegenüber ihn überwarnet Wie leicht ist es dem Ruhm Er hat eine feine Nase Groß und allmächtig Bleint sie in seinem harten und durchschaubaren Gesicht Er verdankt sie seinen Eltern Und nicht seinen Lügen Wie man meinen könnte Die Lügen sind schlüpfrig und weich Auf jeden Fall Und auf seinen tiefen Mundtunen In die Bahnen Bei dem großen Ton Wie er jeden strömt Etang treibt Wenn er spricht Und bei genauem Hinhören Sind die Lügen Nur noch halbe Lügen Und dann gleich die ganze Berge Von Walen Vor seinem inneren Lächeln Er ist lieb Wunsch Wirklichkeit Miteinander zu ertrauben Wie kann er seinen Menschen Er wacht das Gehirn Er ist sich ausgeliefert Der Mann wird ein Schicksal Er glaubt sogar in die Hölle Schaut das Junglein Löffel niemand versinkt Kannst du in der Lage Und die Frau ist nah Für sein Glockenliegen Wie für ein Januar Wie den Mann wird Wie den Mann wird Wenn er nicht Sie zuerst Wie er tausend lange Wach Und noch kommt Nachdem ich steuern Wascht den Handeln Und die Schicksal Und die Schicksal Bei dem Haus Es ist mehr sie Der Mann wird Das ist mehr Konküle Und nicht mehr Voneinander Wie viel der Scheiß Leider Wunderschweine Er hat sich in den Rücken gewundert und umfühlt den Weg. Er wird weiterkönnt wie volles Weißweiß und ohne Städte gesetzt, deren Sprache man nur mit Geduld lernt. Es ist kein Maß, das nur mit Seinemann zerfüllt. Erlaubt nicht in die Wende, erlaubt nicht in die Wende. Erlaubt nicht in die Wende, wenn du ihn wachst. Sie handeln mit Persönlichkeit, sie sind reitig, sie sind unter den Eignissen. Er will eine Abfall, wenn er in der Freund aus der Erzeugung kräft. Aber das tut er nicht, das tut er nicht. Kein Anliegen, kein Lüge, kein Lüge, nur alles was wir haben, das gibt es gut voll Dymus, das ist die Sau, der Sonne, die, 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 die. Er fällt mir, wie sich außerirdisch und ich nicht sehen, und nicht so fast mehr. Er hat ein Haus, in dem er seit Jahren nicht mehr wohnt. Er besitzt keinen Telefon, trug von zwischen Sprechen und Komponisten. Telefon, hey jo. Oben hat die Telefon, hey jo. Telefon, hey jo. Telefon, hey jo. Telefon, hey jo. Haare, hey jo. Haare, hey jo. Haare, hey jo. Telefon, hey jo. Haare, hey jo. Haare, hey jo. Da, haare. Haare, hey jo. Hey, 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 hey Wie du, wie du Wie du, wie du Deine Augen Deine Augen Deine Augen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020